Ich lerne Deutsch. Nummer 5740 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Ich habe es satt. Der neue Verschluss geht immer auf. Die nächsten Schuhe kaufe ich wieder mit Schnürsenkeln. Ich habe es satt. Der neue Verschluss geht immer auf. Die nächsten Schuhe kaufe ich wieder mit Schnürsenkeln. Ich habe es satt. Der neue Verschluss geht immer auf. Die nächsten Schuhe kaufe ich wieder mit Schnürsenkeln. Wir bieten unseren Besuchern Waldspaziergänge mit Eseln an. Wir bieten unseren Besuchern Waldspaziergänge mit Eseln an. Tagsüber sitzen wir oft auf der blauen Holzbank und beobachten die Passanten. Tagsüber sitzen wir oft auf der blauen Holzbank und beobachten die Passanten. Ich sitze seit über zwölf Stunden im Büro. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Anstrengung ist der Weg um Schwierigkeiten in Chancen zu verwandeln. Anstrengung ist der Weg um Schwierigkeiten in Chancen zu verwandeln. Lass uns darüber sprechen. Wie wollen wir vorgehen? Lass uns darüber sprechen. Wie wollen wir vorgehen? Seit dem 13. Jahrhundert gibt es in Deutschland den Beruf des Apothekers. Seit dem 13. Jahrhundert gibt es in Deutschland den Beruf des Apothekers. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals erhalten habe. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals erhalten habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank.